Heute zeige ich dir, wie du diese leckeren Protein-Wraps innerhalb von 15 Minuten fertig machst. Für die Creme brauchen wir 300 Gramm Magerquark, 150 Gramm Thunfisch in eigenen Saft, pressen zu den ganzen drei Knoblauchzehen und geben zu den ganzen eine reife Avocado dazu. Als Gewürz gebe ich Ankerkraut, Quarkgewürz, eigentlich super zum Aufstrich, ist aber kein Muss, ihr könnt das genau mit Salz und Pfeffer ersetzen, ein bisschen Paprika, idl-süß, ich würze das noch ein bisschen mit Salz und Pfeffer nach. So sieht unsere Creme aus, eignet sich super als Brotaufstück, als Dip für Nachos. Schmeißen ein paar Wraps auf den Grill oder braten die in eine Pfanne an. Streichen das Ganze mit unserer Thunfischcreme, geben etwas Spinat, paar Zwiebeln, Tomaten und Gurke und rollen das Ganze ein. Richtig lecker und vor allem gesund. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.